halli hallo hallöle und herzlich willkommen zu exos zockte sims und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allem auf der anderen art und weise familien adäquat ich habe es mir hier mal gerade etwas gemütlich gemacht habe gedacht ja hier so auf der couch hier auf dem sessel nicht auf der couch das hieß eine schade salon hier ist eine sessel hier sieht man die eine linie sie waren die andere linie ich pflege mich mal nur noch ein bisschen hinten rein ja habe gedacht ja ich mache mir hier mal beim witcher so ein bisschen gemütlich hier so beim kamin das ist ja gerade so richtig schön gemütlich gewesen hier und da hat der witcher und i am himself ich kann mich gar nicht so weit umdrehen warte mal ich stehe mal auf so genau da hinten stehe ich und unterhalte mich mit keine ahnung gehen achte einmal so durch die wand okay ja können wir ja mal aufräumen dann gesehen ja lecker käppchen so dann können wir das hier auch mal lernen ich könnte ihn ja mal zum essen einladen was könnte ich ihnen einladen abend essen servieren was haben wir denn da chili campereintopf bundbarsch in der pfanne und was einfaches italienische fleischbärchen das ist doch schön dann lade ich mich mal zum essen ein italienische fleischbärchen wo bin ich jetzt hingegangen da bloß ich bin schon wieder rausgegangen wo bin ich kein wenig auf klo gedackelt oder auf schlafzimmer mal sehen schlafzimmer da schläft schatten bin ich blond oder bin ich blond da bin ich schon nach hause gegangen wo bin ich denn bitte hin bin gerade eigentlich müsste doch eine meldung also eigentlich müsste noch eine meldung kommen wenn ich gegangen bin einladen bitte uns absenken und das und das aber irgendwie ist doch eine starke da bin ich nicht zu sehen da bin ich nicht zu sehen hier bin ich nicht zu sehen da bin ich nicht zu sehen wo bin ich denn jetzt bitte hin seht ihr mich ne ich bin hier am strand hingegangen ich sehe nichts ich bin irgendwie anscheinend weggegangen habe das nicht mitgekriegt so energy laden so dann nimm dir meine portion warte mal erst mal weg legen und dann hole ich meine portion raus obwohl hungrig bin ich jetzt gar nicht nö naja dann haben wir jedenfalls was zum essen wenn wir mal was essen wollen so dann können wir die mal weg machen energy geladen könnte ich ein energy geladenes bild machen nö anscheinend nicht aber wir machen noch mal ein landschaftsgemälde in der größe jetzt weiß ich gar nicht wie weit ich mit der malkunst bin so von der fähigkeit her schauen wir mal nach malerei 9 wir haben es gerade erst durch das heißt das ist noch einiges an wegstrecke okay fünf von diesen tollen bildern muss ich noch machen das heißt es kann sein dass ich die fünf meisterwerke eher erreiche als ich den skill erreiche die ist ja auch blöd ach da bin ich wo war ich gewesen hier kannst du noch mal ein bisschen unterhalten vor den interessenschwärmen das ist ja markwürdig na läuft aber irritierend ist das schon das scheint noch mal ein neues landschaftsbild zu sein das ist sehr schön oh ja das haben wir nicht da das haben wir nicht da das ist noch mal ein anderes das heißt das werden wir auch auf alle fälle aufhängen finde ich super aha jetzt habe ich mir tatsächlich diesen normalen diesen schön gemütlichen sessel ausgesucht wo ich gerade am anfang noch drin gesessen habe wie geil ja doch ja tanz mal mit ihnen das ist doch mal sehr schönes bild na bild fertig tatsächlich so das werden wir dann mal leinwand rahmen ob ich rüberkommen möchte wie spät ist denn das denn 19 Uhr noch was möchte ich rüberkommen das problem ist ich habe da ja noch gar nicht mal jetzt den massagerraum gemacht den müsste ich eigentlich auch noch machen so viel zu machen das heißt ich müsste da noch mal rüber tingeln und dann noch mal den keller ein bisschen ähm justieren wäre gar nicht mal so verkehrt was mag ich hier sport und so weiter das ist auch toll passt mal auf ich könnte ja mal sagen dass ich so langsam gehen soll wo bin ich denn jetzt wieder gott wo bin ich denn jetzt schon wieder ich höre doch was warte mal da bin ich nicht da bin ich nicht da bin ich nicht da wo bin ich denn jetzt schon wieder geblieben ich bin sehr äh bin ich gegangen nö das kann doch nicht wahr sein es ist 20 Uhr 13 und ich weiß schon wieder nicht wo ich bin hier ist der Hexe aber wo bin ich schon wieder geblieben ich war doch gerade noch hier gewesen jetzt bin ich schon wieder weg ich müsste ja irgendwann gehen weil so nach dem Motto danke dass du mir Zeit genug machst Blasch war sowieso man kennt das ja ähm liegt da einem in den Tunnel drinnen nö das kann doch nicht wahr sein warte mal hier bin ich auch nicht da bin ich ohne runter gegangen oder ne da bin ich auch nicht hin hä also keine Ahnung wo ich immer stecke aber ich schaffe es ganz gut dass ich immer irgendwie weg bin wir haben Ninja Skills denen tanzen okay der wird heute nach gut schlafen äh pass mal auf du kannst ja hier mal ernten äh Drachenfischte ernten ernten und auch nochmal ernten ich weiß gar nicht von was die immer bewässert werden okay es hat vorhin geregnet aber alles andere wässert ja auch nicht mehr und tropft rum das ist das komische als ob die Drachenfrüchte mehr oder weniger das Wasser anziehen machen Drachenfrüchte ich kann mir das nicht vorstellen da ist doch eh ein Grundstück hier ist der Angelteich aber wo bin ich eigentlich müsste doch noch die Nachricht kommen dass ich ab da da bin ich wieder ja jetzt geht er jetzt gehe ich ja jetzt mal im Ernst jetzt mal jetzt mal im Ernst liebe Leute äh was ist da los ja was ist da los dass ich jetzt auf einmal wieder gehe und so weiter und so fort ich verstehe es nicht jo pass auf wir malen einfach nochmal ein Bild wenn wir schon mal dabei sind also nochmal ein Landschaftsgemäle opala so einmal da ran genau so jetzt gucken wir nochmal wie er hier ein Bild malt weil ich muss den Skill ja langsam durchkriegen und die Bilder selber passt mal auf apropos wie viel haben wir jetzt 0 von 5 also das eine hat jetzt noch nicht gezählt dafür das heißt wir brauchen immer noch 5 und äh Level 9 schauen wir mal wie weit bin ich denn da naja ist noch ein bisschen Wegstrecke da ist noch ein bisschen was zu machen jetzt ziehen wir das doch relativ doch gut durch naja mit ein bisschen Nebeninhalten und das nochmal nebenbei gemacht wa wie sieht denn eigentlich das Hundefutter aus äh sollten wir dann auch nochmal vollfüllen so das ist das Bild das haben wir schon das ist das da oder ja da sind diese 3 Bäume da ist das ja das heißt das können wir dann auch verkaufen ja dann ist das auch Geschichte male 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 noch ein Weilchen dann ist das Bild auch fertig so da ist es fertig das können wir dann einmal verkaufen und dann würde ich mal sagen damit wir ein bisschen Ordnung rein kriegen werden wir mal mit Schatten nochmal ein bisschen adopt apportieren ähm üben apportier mal das Ding so jetzt komm mal her Schatten ja wo ist er hin willst du das durch die Scheibe schmeißen oder was ist los äh du solltest dich schon genau du solltest dich schon drehen genau sehr gut ja das funktioniert jetzt schon mal und nochmal ja komm äh einfach nur auf den Boden gelegt war es schon das war es schon okay äh Leckerchen geben ja gib ihm mal ein Leckerchen ne der Kleine braucht das ach ja das ist das Leckerchen und schon wieder rennt er raus mal ein bisschen verfolgen mal sehen wo er hin will so spät abends ja gut unterwegs der Kleine mhm mhm also ich finde Schatten sieht echt schon genial aus also da ist mir echt was was gelungen je öfter das Ding sehe umso besser wird er sogar noch er ist wie mit einem guten Wein der reift da mit der Zeit ne gut ich würde mal sagen wir sehen uns dann wenn ihr wollt mögt könnt und vor allen Dingen wenn ihr dürft morgen gerne wieder in dem Sinne euch alle einen schönen Tag bleibt soweit gesund lasst euch nicht ärgern und ähm ciao 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 ciao